Herzlich willkommen zu einem Spotlight von Scientists for Future zum Thema Artensterben. Mein Name ist Dr. Gregor Hagedorn, ich arbeite als Wissenschaftler in einer großen Forschungseinrichtung in Berlin und habe im Januar 2019 zusammen mit anderen die Scientists for Future initiiert. Ich stelle hier zu Beginn wieder eine ähnliche Frage wie bei dem vorigen Spotlight zu Bestandsabnahmen, diesmal zum Aussterben von Arten. Wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben, auf der Basis von den Daten der Internationalen Vereinigung für die Bewahrung der Natur, IUCN. Und die Antwortmöglichkeiten sind 1,5, 4,5 oder 7,5%. Sprechen Sie Ihre Schätzung einmal kurz aus, dass Sie sich festlegen. Und die richtige Antwort ist 1,5%. Das erstaunt jetzt viele, weil wir hatten in dem vorigen Spotlight besprochen, dass die Lebensraum- und Bestandsverluste häufig bei 66% liegen. Aber das komplette Aussterben von einem Tier auf dem gesamten Planeten, das ist sozusagen die letzte Schwelle, nachdem die Art an immer mehr Orten lokal ausgestorben ist. Und daher sind lokal die Artenverluste auch viel höher. Hier in der Arbeit von Newbold aus dem Jahr 2015 wurden ganz viele Datensätze untersucht und die durchschnittliche Abnahme der lokalen Artenvielfalt, also in einem großen Naturschutzgebiet, in einem Naturpark, in einem Bundesland und so weiter, liegt bei 14%. Das ist sehr viel mehr, das ist fast das Zehnfache der globalen Abnahme. Also lokale Verluste sind ein Risiko. Auch wenn nur wenige Prozent endgültig global ausgestorben sind, so sind doch 27% aller in roten Listen untersuchten Arten vom Aussterben bedroht. Entscheidend ist letztendlich die Geschwindigkeit des Aussterbens. Tierarten sterben aktuell bis zu 1000 Mal schneller aus, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Unter normalen Umständen bedeutet, auch ohne menschlichen Einfluss ist ein Aussterben von Arten im Laufe der Erdgeschichte normal. Einige Arten sterben also aus, andere Arten entstehen neu durch Evolution und so etwas bezeichnet man als natürliche Hintergrundrate. Wenn wir jetzt in dieser Grafik schauen, fangen wir einmal ganz unten an. Da sehen wir das Wort Hintergrund und eine gestrichelte Linie. Das ist das, was unter normalen, natürlichen Umständen evolutionär zu erwarten wäre an Aussterberate. Und wir sehen, dass der menschliche Einfluss der vergangenen Jahrhunderte durchaus dramatisch davon abweicht. Bestandsverluste gefährdeter Organismen liegen also bei Zweidrittelverlust. Das Aussterben von Arten ist noch relativ gering. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann läuft das doch darauf hinaus, dass wir eine Aussterbekrise von geologischem Ausmaß produzieren. Wir müssen das nur fortsetzen und dann sind wir als Menschen quasi der Meteor, der zu einer Aussterbekatastrophe führt, so wie das letzte Mal, als die überwiegende Zahl der Dinosaurier ausgestorben ist. Zwischen den heutigen Bestandsverlusten und künftigem Aussterben von Arten gibt es dann noch einen Zusammenhang. Und den kann man bezeichnen als Aussterbeschuld oder englisch Extinction Debt. Und das ist das Thema eines weiteren Spotlights. Herzlichen Dank.